Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zur OPTIK SCAMPY Challenge Ich werde jetzt gleich Team Deathmatch spielen und die Challenge ist 70 Kills zu erreichen Massi und Marcel sind auch am Start Marcel ist auch noch dazu gestoßen nach Bayreuth, auf jeden Fall richtig, richtig nice Wir fahren jetzt auch nachher nach München Und ja Leute Ja, Digga Auf jeden Fall, 70 Kills zu erreichen im Team Deathmatch Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, das ist echt unglaublich schwer Der beste Spieler der Welt schwitzt schon, glaube ich, seit 2-3 Monaten darauf Der hat so eine kleine Serie am Laufen Ich habe jetzt die Begrüßung im Nachhinein aufgenommen Und ob ich es geschafft habe oder nicht, seht ihr dann gleich Man muss das eigentlich instant in Orbi klar machen Und einfach sich extrem beeilen von Spawn zu Spawn zu laufen Weil bei Team Deathmatch spawnen die Gegner einfach so schnell out Und man hat einfach keine Zeit Und man darf natürlich auch nicht kurz vor Streaks sterben Aber man muss trotzdem extrem reckless spielen Und um die Map rein, die sind verrückter Und ja, man muss einfach absolut reingehen, sage ich einfach mal so Dann ist das eigentlich schon möglich Da oben chillt einer, aber der checkt einfach nicht, dass ich auf ihn schießen möchte Hier ist auch noch einer Oh, absolut passere Sniper, Leute Ich bin gerade noch ein bisschen in No-Hand Ich hätte jetzt fast 2 Wochen nicht gespielt Ihr wisst ja, wie krank ich war Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser Aber ich chill auch gerade hier so ganz Gidige meinen Bademantel Ja, Digga, Ja, Digga, Ja, Digga Oh, die Gegner sind aber auf jeden Fall Nicht so gut Man braucht natürlich auch absolute No-Hands bei so einer Challenge Keine Frage, Leute Bobby, komm, let's go So, Leute, ich habe noch keinen Tod Aber ihr seht schon unten links Wir haben schon 29 Kills Als Team Und das ist echt Schon nicht wenig Da hinten sind richtig viele Aber ich will jetzt auch nicht sterben Kurz vor kein Einheit So, oben ist einer Komm, oh nein, den Kill hätte ich gebraucht Fuck, okay, komm, Leute Flankieren wir schnell Ich brauche alle Kills jetzt hier Alle, alle, alle Jetzt muss ein Freebie-Sitz werden Komm, dreh dich nicht um, bitte Okay, der ist noch unter mir Oh nein Oh Gott Oh Gott Das war knapp, Leute So, jetzt muss ich absolut Patriotisten, Digga Patriotismus Weiß schon, ey, Moros Patrouillen, Moros Hier hinten war noch einer Fuck, ich brauche alle Kills Ja, hier, jetzt mach ich Patrouillen-Modus Dann geht da noch ein bisschen mehr ab Die Gegner sind echt nicht gut Also hier kann man das schon machen Aber meine Teammates Wow Alter, ich hab nicht mal verfehlt Es ist einfach Mehr Glück als Verstand Diese Challenge, Leute So eine Lobby zu finden Dass Deine Teammates Keine Kills machen Und dass du einfach Das nötige Momentum hast Selbst wenn Scamp jetzt schon So lange daran sitzt Der beste Spiel der Welt Ist echt nicht ohne Könnt ihr euch mal selber An die Challenge heransetzen Macht echt Bock Da ist noch einer da in der Ecke Okay, great Habe ich schnell raus Ich habe noch Kampf Okay, let's go Orbi Ich glaube, ich schaffe jetzt sogar Das zweite Mal die Streaks Das ist eigentlich echt Kein schlechter Versuch Für die erste Runde Ich muss direkt reinpushen Oh mein Gott Der hat die scheiß Kriegsmaschine Boah Da ist eine Links in mir vorbei Aber der Siegt mich nicht Komm Noch wenigstens einmal KR Night draushauen So Die sind Scheuniges Point Jojojojojoo So Einer Wasser Töne Da Geil Das schießt Komm Ja Es wird nicht mal Knapp, Leute Ich glaube Wenn es gut läuft Schau ich Na Ich schaff nicht nur 50 Kills ich habe auch ein bisschen definitiv gespielt muss ein bisschen offensiver spielen ich hatte nicht sterben dürfen dann wäre es eventuell so gegangen naja alles gut leute ich werde auf jeden fall noch vier versuche zu machen also ich werde so zwischen fünf und zehn versuch machen je nachdem ich gehe eigentlich schon okay 45 1 erste runde wird sagen wir sehen uns dann zum zweiten versuch wieder oh mein gott jetzt wenn ich hier sein und das ist ein leiche oh mein gott nein oh nein 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 oh mein gott was ich gerade überlebt habe alter massi zerstes sehen müssen ich dachte ich bin schon absolut tot immer noch zu null aber ja skupe los komm mal wenigstens nuklear leute nein geist okay so lange mein geist die kills macht es aber ich brauche pack ich brauche die m8 ja keine money mehr irgendwie hat digga die team jetzt machen einfach die kills oh man vorbi ist auch weg belastend hier eigentlich wieder sein alter mein gehen patrouillen modus bitte der kr leuchten die ganze hinterher nein da hinten war noch eine leute nein da war noch einer warum schießt auf ihn kr ja digga ja digga ja digga ja ich bin flawless bis jetzt ne oh mein gott der killfeed hat die team jetzt 40 0 digga schau mal ich spiel absolut florist ja man ist voll schade ist gar nicht was ich hab wenn es schwebt man ist eigentlich schon bald nuklear haben weiß ich auch nein ich hat keine nuklear Schau, was für ein Aim er hat, Bruder. Das war auch so dieses kurz vorm Sterben, letzte Kumpelbad. Ja, aber okay, 70 Kills hätte ich eh nicht geschafft. Ich habe nur noch 13. Ich hätte maximal 60 geschafft. Also 60 ist alleine schon richtig schwer, ohne Mist. 49,2, Leute. Nächster Versuch. Diesmal spielen wir auf Combine mit der VMP, Leute. Das war einfach eine MP-Map. Also wenn ich jetzt hier mal versuche, mit der Waffe das zu reißen. Ich habe auch meine Streaks ein bisschen geändert. Und zwar Wraith, Orbi und Raps habe ich jetzt dabei. Oh, er kommt. So, Leute. Gute Papa. Ah, okay. Nein, als ob ich von der Stolperfalle stirb. Nein, hinter... Oh, ich hätte fast hinter mir gegeben. Nice. Oh. Boah. Schön. Er hat mich gerettet. Da oben war noch eine, Leute. Ich habe nicht gesehen. Oder doch. Aber er hat P06 zum Glück. Dies ist nicht so gut, die Sniper. Okay, Kampffokus. Komm her. Jetzt darf ich nicht mehr sterben, Leute. Muss ich unbedingt das Schick machen. Machen wir VMP zur Sicherheit. Oh mein Gott. Absolut alle Streaks erreicht schnell. Dann Kampffokus. Let's go, Alter. Perfekt, Mann. Richtig nicer Start. Nice. Weiter geht's. Komm, Leute. Jetzt muss ich genau dieses Tempo halten. Da kommt einer. Okay. So, jetzt darf ich keine dummen Moves machen. Die sind alle unten. Okay. Ich leg mich gar nicht auf. Ich leg mich gar nicht auf. Das war der unlogischste Gunfight aller Zeiten. Er rappt mich einfach. Ich habe mich nicht mal verfehlt. Oh, das ist echt bitter, sowas. Ich hätte unbedingt in diesem Flow bleiben müssen. Oh nein. Marcel klingelt. Shit. Nein. Oh, ich muss Marcel aufmachen, Leute. Marcel ist da. Ich kann ihn nicht draußen stehen lassen. Tut mir leid. Warte, wenn ich noch einmal sterbe, dann mache ich ihn instant auf. Oh mein Gott. Aber ich habe die beste Runde der Welt gerade. Digga, ich habe die beste Runde gerade. Ja, Digga. Ich bin kurz vor nächsten Cheeks. Ich kann das halt nicht aufmachen gerade. Warte, ich mache ihn gleich auf. Schreib ihm. Ich hoffe, hinter mir ist niemand, Leute. Ich habe wieder Streaks. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Komm her. Jawohl. Ich habe wieder Streaks. Oh nein, nein, nein. Egal, Leute. Ich habe Streaks geschafft. Ich habe Streaks. 35, drei, komm. Oh, das ist so eine Struggle-Runde. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht. 35 Kills noch. Dann müsste ich jetzt alle machen komplett. Oh, ich dachte, ich bin richtig gut dabei. Nein. Schade, alter, Leute. Boah, das ist echt krank schwer, diese Challenge. Ich mache schon direkt gleich auf. Oh, ho, 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 ho. Vamos. 46, drei, komm. Rappen wir weiter, aber es nutzt nicht so viel. Geist geht aber auch gut ab. Oh, Leute. Oh mein Gott. Nice. Noch ein Kill. Wieder kein Fokus. Er ist oben gleich. Oh, jawohl. Schnell raushauen. Ja. Ich mache ihm gleich auf, Digga. Ich habe wieder Raps. Ja, Digga. Marcel wird es schon verstehen für das Video. Schnell. Alle Kills noch machen, Leute. Komm, challenge mich. Jawohl. Nein. Ah. Okay. Ach. 58, 93. Ich mache Marcel schnell auf. Fuck, shit. Ich habe noch in zwei Stunden gewadet. Dann war ich den Baden auf dem anderen. Ach so, okay. Oh. Oh mein Gott. Nein. Noch einer müsste da sein. Komm, super. Jetzt muss ich direkt Streaks machen, Leute. Direkt. Oh, nice. Den müsste ich haben. Perfekt. Hier unten war noch einer. Hier unten war noch einer. Let's go. Let's go. Komm. Komm. Oh. Ja, chill. Ich wusste, dass der hier ist. Oh, stolperfalle. Nein. Oh. Ich habe aber eh Kugelweste. Ich habe Kugelweste. Ich muss jetzt Streaks halt machen unbedingt. Ich darf jetzt nicht choken. Es ist alles im Arsch. Wie er sich sehen und den heftigsten Druck im Hitsch. Sonst ist alles im Arsch. Ja. 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 Oh mein Gott. Wasser. Let's go. Ja, digga. Viel besser als scheiß competitive, digga. Hör mal auf mit der scheiße. Spiel wieder gegen Rekrut. Macht's Publik. Nein. Oh, ich muss jetzt aufpassen. Nice. Ja, digga. Ja, digga. Gut reingratzt du bloß, ja, digga. Der 80-Mann. Kommt doch. Direkt den Spawn wieder pushen. Ja, digga. So, nice. Oh Gott, Leute. Ja, auch der Fee. Oh Gott, sie lieben. Stimmt doch. Jetzt halt macht ein Team. Jetzt haben auch keine Kills. Nein. Äh, ich darf jetzt nicht sterben. Ich muss unbedingt jetzt direkt wieder Streaks machen. Ich muss unbedingt direkt wieder Streaks machen. Okay, warte. Ich rede da mal nicht so viel. Ich spiele einfach. Wir reden schon für dich, digga. Okay, digga. Ja, digga. Ja, digga. Boah, die Raps. Das stören die jungen unnormal. Ich weiß nicht, wo die spawnen. Ich muss hierbleiben. Da hinten. Warte, ist das Raum? Da hinten zeigt, wo es fest ist. Die sind im Haus oder so. Oder hier links? Ja, hier links sind die, ich wusste es. Oi, oi, oi. Ist da noch einer? Okay, wir könnten jetzt da hinten spawnen. Leute rechts. Vorne eigentlich, oder? Andere Seite komplett. Oh, shit. Nein. Alter, solche Kills brauche ich halt unbedingt. So, nice. So, nice. Musst chillen, Leute. Also, jetzt ein Kill brauche ich nur. Ich meine, scheiß Raps. Jawohl. So, nice. Hobby raus. Okay, jetzt muss ich pushen, absolut. Bleib stehen. Was? Er quittet, oder? Mit den Geister, die... Nein, die... Die... Hau noch. Die sind alle drin. Die ganze Zeit sterben wir hier. Okay, die haben keinen Kill. Just, 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 just... Boah, das ist knapp. Tschö, tschö, tschö. Alles gut. Störp. Jawohl. Ich bin mit Dani noch einmal in die Sohn. Ich bin zu. Brutal. Brutal? Ja, Digger. Ja, Digger. Nice. Boah. Feil ist schon ein Schmerz. Ui, jai, jai. Spring auf den Rating. Warte. Ich chill kurz, ich chill kurz, ich chill kurz. Ich will aufs Goblet nicht schauen, ich wills nicht schauen, Leute. Nee, guck auf mich, guck nicht, guck nicht. Ja, spiel einfach, bist du. Super, Abschluss, hab ich nie gesehen, seit ich was gerecht. Warte, warte, warte. Ey, Digger. Weiß nicht, von wo die kommen, ne? Ja, chill, chill doch hier. Chill. Ja, ja, ich chill, ich chill. Ich glaube, der Chill wird Challenges treffen, aber... Ich muss... Will den Challenges schaffen, mir ist die Nuklear egal, Digger. Ist auch so. Ja, natürlich, aber du musst auch für den... Egal, du machst das Spiel, oder? Ah, ich bin 1 vor... Oh, Gott. Oh, Gott, 1 vor Nukle... Nein, ich hätt's geschafft. Oh, Gott. Weil ich den Wraith rausgehauen hab, Leute. Ich schwör, ich hätt's geschafft. Machst du mich freuen, wie gibt's das? Digger, ich war auch 1 vor Nuklear und 1 vor Raps, ne? Und ich hätt Orvi gehabt, Digger. Ich steh von der Random-Nade. Weil ich den Wraith raushau, ich hätt den easy gehabt, den Typen. Boah, das ist echt hart belastend, Mann. Oh, schade. Ich war immer noch schon unverzahlen. Ah, egal, Leute. Falls ihr eine zweite Episode sehen wollt, wo ich mal, keine Ahnung, einen ganzen Tag wirklich nur auf diese Challenge gehe, könnt ihr mal den Like-Button vergewaltigen. Jetzt hat's hier entweder immer an der Zeit gescheitert, oder dass die Team jetzt so viele Kills gemacht haben, oder jetzt hier so ein Pech. Das wär's gewesen, gerade. Jaja, 100% ist wär's gewesen. Die Streaks eskalieren übelst. Schau mal, ich hätt die Raps gebraucht. Und dann... Oh, mein Gott. Ähm... ...hätt ich's geschafft. Oh, schade, Alter. Aber die Mana-War ist auch echt geil gerade. Oh, Mist. Nummer 60 gilt jetzt. Oh, hier sind zu viele. 60? Ich schaff... Mein Raps muss abgehen. 92. Warte, 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 komm. 58 hatte ich bei dem einen Versuch. Komm. 57. Oh mein Gott. Der Arme, Digga. Der war schon sick. 60. Nice. Oh. Nein. 59. Fuck. Komm. Scheiße. Nein. 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 Ja, danke. Okay. Oh, die Raps hätte ich gebraucht. Ich hätt's geschafft, ne? Shit. Egal, Leute. Also, es hat echt mega Spaß gemacht, diese Optik is Gumpy Challenge zu probieren. Ich würd sagen... Too easy war das, Digga. Ähm, wie bitte? Too easy war das, weil in... Äh, äh, äh... Ja, too easy war's nicht ganz. Also, schaut auf jeden Fall auch bei Marcel vorbei. Auf seinem Scorpion Place Channel, das verlinke ich mal. Der lädt heute zwei Schritte einen Kontroll auf mit Massi. Und, ja. Wir sehen uns dann die Tage. Übrigens, die Live-Woche wird auch noch kommen. Aber ich brauch heute erstmal wieder einen geregelten Alltag, weil wir fahren noch morgen nach München. Aber, ja, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Es kommen wieder was Krasses auf euch zu. Okay, also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao.